Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem im leidgeplagten Deutschland und in Österreich, ich begrüsse Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. März 2024. Über die Wahlen in Russland habe ich gesprochen mit dem Schweizer Verfassungsrechtler und Unternehmer Karl Eckstein, der seit über 40 Jahren in der russischen Hauptstadt lebt und sehr viel gesehen und sehr viel beobachtet hat. Er kam an, als Vertreter der schweizerischen Industrie in den 80er Jahren zu Brezhnev, zu Sowjetzeiten durch Stand und durch Litt, die Wirren der 90er Jahre, Gorbatschow, das Ende der Sowjetunion, Jelzin, die ersten Putin-Jahre und seither verbringt er einen Grossteil seiner Zeit in Russland, auch in Usbekistan, aber auch immer wieder in der Schweiz. Es ist sehr interessant, was er zu sagen hat. Die wirklich andere Sicht, so etwas bekommen Sie in den Medien heute weder zu lesen noch zu hören, aber eben wichtig, dass man auch mit Leuten spricht aus der Praxis, aus der Realität, die Ihren Eindruck schildern. Unbedingt Weltwoche Daily, spezial mein Interview mit Karl Eckstein. Noch ist Deutschland nicht verloren, meine Damen und Herren. Dieses trotzige Bekenntnis lasse ich mir da nicht nehmen. Das, was wir heute beobachten in Deutschland, dieses Zerrbild da, diesen Abklatsch, das ist nicht das Deutschland, das ich kennen und schätze und ja auch ein bisschen lieben gelernt habe. Ich bin noch geprägt durch die 70er Jahre, die Epoche der Leichtfüssigkeit, die Beckenbauerjahre gewissermassen. Willy Brandt, Herbert Wehner, Franz Josef Strauss, Rainer Barzel, Helmut Kohl, Helmut Schmidt und so weiter. Ich meine, das war damals auch eine intensive Auseinandersetzung. Diese Politiker haben sich überhaupt nichts geschenkt, aber es gab eben immer diese Leichtigkeit, diese Luftigkeit, diesen Zukunftsglauben, diesen Optimismus und ich habe da, oh Wunder, auf Facebook ein Plakat gefunden aus jener nun wie ein fernes Wetterleuchten schimmernden Zeit. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land, wählt Willy Brandt. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Ich meine, das war noch eine Ansage jenseits der heutigen modisch gewordenen Selbstzerfleischung. Auch nicht dieser militante, politisch korrekte Fanatismus, der uns da aus allen Kanälen entgegenschlägt. Willy Brandt, mehr Willy Brandt wagen, möchte man da den heutigen, den Nachfolgern dieses legendären Kanzlers zurufen. Für mich Willy Brandt und Franz Beckenbauer, das war sozusagen das Doppelgespann an dieser 70er-Jahre-Atmosphäre. Ich habe gerade kürzlich in einer Fernsehsendung den Paul Breitner gesehen, einen alten Mannschaftskollegen von Franz Beckenbauer und der sagte, Franz verkörperte Deutschland überall, wohin er ging. Und das stimmt, Franz Beckenbauer, das ist sozusagen diese Mischung aus höchster Professionalität, Leistung, aber eben auch dieser Souveränität, dieser Suppless, die man damals mit der Bundesrepublik noch in Verbindung bringen konnte. Natürlich romantisiere ich diese Zeiten jetzt, aber ich bilde mir einen Teil, einen Widerschein dessen, noch selber erlebt zu haben, zu Beginn der 2000er und der 2005er, 2006er Jahre. Damals, als ich in Berlin als Chefredaktor der Welt arbeiten durfte, Kanzler Gerhard Schröder, auch ein Sozialdemokrat, noch aus der Schule von Willy Brandt, der da auch mutig eine Politik machte, zum Teil gegen die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika und auch seine Agenda-Reformen anschob. Auch einer, der ein unverkrampftes Verhältnis zu seiner Heimat pflegt. Aber heute dürfen Sie Heimat ja gar nicht mehr sagen, sonst ergeht es Ihnen so, wie dieser Schülerin da, dieser 16-jährigen Gymnasiastin, die gestalkt wurde von ihrem Schuldirektor, müssen Sie sich das einmal vorstellen, auf TikTok, und der dann die eigene Schülerin anzeigt, weil sie einen Film gepostet hat mit den Schlümpfen, den blauen Schlümpfen. Und das Blau ist ja eine Assoziation zur AfD. Und das ist offensichtlich verboten, auch wenn Sie das gar nicht ausdrücklich aussprechen. Die hat ja dann Besuch bekommen von den Polizeibeamten, die ist sozusagen mehr oder weniger verfassungsschutzmässig ins Visier genommen werden. Das sind fürchterliche Abgründe. Aber, meine Damen und Herren, der Wahnsinn entstellt sich hier zur Kenntlichkeit. Und ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass das eine nachhaltige deutsche Realität ist. Das ist ein Abgrund, der aber schon bald sein Ablaufdatum erreicht haben wird. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Ja, das war noch das lebensbejahende Deutschlandgefühl. Vermutlich bekäme Willy Brandt heute auch Besuch von diesen übermotivierten Polizeikräften. Und da gab es ja noch den Innenminister da, der sich auch äusserte zu diesem Fall und die Polizei verteidigte. Hierzu ist zu sagen, dass die Polizei natürlich im Auftrag handelt. Ich bin gegen das Polizisten-Bashing. Aber eine Politik, die eine 16-jährige Schülerin, weil sie das Wort Heimat offenbar verwendet und einen Schlumpffilm postet, sozusagen in die Obhut, in den Gewahrsamen, in den Einschüchterungsschwitzkasten der Staatsgewalt nimmt. So ein Staat pfeift einfach aus dem letzten Loch. So eine Politik hat abgewirtschaftet. Aber ich rufe Ihnen zu, meine Damen und Herren, verzweifeln Sie nicht. Das ist der notwendige Schritt zur Besserung. Man muss da in diesen fürchterlichen Abgrund hineinblicken. Und er schaut dann auch zurück und die Leute merken es dann allmählich, was da sich schon in den letzten Jahren zusammengebraut hat. Ja, das ist schmerzhaft, das sieht nicht gut aus, aber das ist aller Besserung Anfang. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Mehr Willy Brandt wagen, mehr Schweiz wagen, mehr Weltwoche wagen. Gute Nachrichten. Die Corona-Politik wird immer deutlicher kritisiert, auch in Deutschland. Jetzt lese ich da auf dem Portal der Welt, dass selbst ein Mitglied der renommierten Forschergemeinschaft Leopoldina von der despotischen Sientokratie redet. Die Covid-Diktatur, die ja bis vor kurzem auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen hat, wenn sie unvorsichtigerweise diesen Begriff verwendet hätten, nun also von wissenschaftlicher Seite hier Leopoldina, unangreifbar wird festgehalten, despotische Sientokratie, also eine despotische Wissenschaftsherrschaft. Und die Despotie ist also noch schlimmer als die Diktatur. Ich bin gespannt, ob jetzt Herr Haldenwang da auch auf die Leopoldina losgeht. Immer mehr kritische Aussagen kommen da. Ungeimpfte hätte man nicht diffamieren dürfen, zumal der Impfstoff nicht perfekt ist. Das ist ja für mich sozusagen eine der fürchterlichsten Erkenntnisse aus letzter Zeit. Alle haben sich so aufgeregt über diese Corona-Politik, vor allem viele mir befreundete Journalisten. Aber einige von denen sind dann sozusagen in den gleichen Rigorismus, sind in die gleiche Militanz verfallen, als es dann um die Geopolitik und die Vorgänge in der Ukraine ging. Da war man dann nicht mehr bereit, plötzlich die andere Sicht und die andere Meinung zur Kenntnis zu nehmen. Also dieses falsche Denken aus der Covid-Zeit, dieses Meinungsgefängnis, das da von staatlicher Seite aufgezogen wurde, das hat sich lebensverlängernd gewissermassen in die Gegenwart hinübergerettet. Doch ich bilde mir auch hier ein, dass allmählich auch etwas differenziertere Zwischentöne zu hören sind. Dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem Schwerpunkt zum Thema Organspende. Das ist ein brisantes Thema, das uns auch in der Schweiz beschäftigt. Da ist der Gesundheitsminister Lauterbach nun in die Offensive gegangen. Er sagt, man habe zu wenig Organe. Man müsse die Spendebereitschaft erhöhen, man wolle entsprechende Anstrengungen machen. Und er plädiert in diesem Zusammenhang für die sogenannte Widerspruchslösung. Ich bin, um das gleiche hier offen zu legen, ich bin dezidiert gegen diese Widerspruchslösung. Worum geht es da? Die Widerspruchslösung bedeutet, dass Sie sozusagen von Geburt an ein Organspender sind. Ihre Organe gehören dem Staat. Bevor Sie sozusagen Ihren letzten Lebensatem ausgehaucht haben, können da die Ärzte direkt auf Ihre Organe zugreifen. Es sei denn, Sie haben das explizit verboten. Und das ist für mich eine unanständige, ja eine abstossende Besitzhaltung, eine Anspruchshaltung des Staates, so als ob mein Körper sozusagen als künftiges Ersatzteillager dem Staat gehörte, ausser ich verweigerte diesen Zugriff explizit durch eine Erklärung. Und das ist ein Sinnbild für die Übergriffigkeit der Politik, für die Übergriffigkeit der staatlichen Behörden und insbesondere auch für die Übergriffigkeit dieser Gesundheitsbürokratie. Ich habe volles Verständnis dafür, dass es Leute gibt, die verzweifelt auf Organe warten. Und ich finde es richtig, wenn man hier alles daran setzt, auch Punkte Aufklärung, diese Spenderbereitschaft zu erhöhen. Was aber meines Erachtens überhaupt nicht geht, ist sozusagen, dass der Mensch staatlich deklariert zum wandelnden Ersatzteillager wird und der Staat automatisch sozusagen am noch warmen, toten oder fast toten Körper gewissermassen das Messer ansetzen kann, wie in der Scharküterieabteilung. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Das ist für mich eben wieder typisch, dass da dieser Gesundheitspolitiker Herr Lauterbach in diese Richtung marschiert. Wir hatten entsprechende Debatten auch in der Schweiz. Zahl der Gewalttaten an Berliner Schulen deutlich gestiegen. Auch eine unerfreuliche Meldung, aber eine, die zwangsläufig dazu führen wird, die Realität in diesem Bereich zur Kenntnis zu nehmen. Eben nicht sozusagen diese Migrationsillusionen weiter zu pflegen. Zu Putin werden wir uns in der Sondersendung intensiver unterhalten zu diesen Wahlen mit Karl Eckstein. Ich habe davon gesprochen. Aber etwas scheint mir interessant, dass nämlich der russische Präsident in einer Sprechstunde mit den Medien zum ersten Mal in dieser Form den Fall Nawalny angesprochen hat. Und er hat dort etwas bekräftigt, wovon man Gerüchte halber auch schon geredet hat, nämlich dass der Oppositionelle und Aktivist, der in einem sibirischen Straflager gestorben ist, nach Aussage der russischen Behörden an einer natürlichen Todesursache, dass er diesen Nawalny und zwei Amerikaner gegen den sogenannten Tiergartenmörder habe austauschen wollen. Sozusagen ein Gefangenenaustausch. Und das als Szenario für wahrscheinlich zu halten, ist natürlich bei uns verboten, weil man muss quasi reflexhaft, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozesse, sondern man muss hier natürlich Putin als Mörder bezeichnen, andernfalls wird man an den Pranger gestellt, als Verharmloser, als Versteher, als was weiss ich auch immer alles. Aber wenn wir uns etwas nüchtern mit Abstand die Situation vor Augen führen, wem hat eigentlich dieser Todesfall Nawalny genützt? Hat er der russischen Regierung genützt oder hat er eher den westlichen Regierungen genützt, die in Nawalny nun einen Märtyrer erblicken können? Diese Frage können Sie sicher selber beantworten. Was interessant ist, ist, dass der Austausch hingegen, der da von Putin als eigentlicher Plan nun offenbart wurde, dass dieser Plan natürlich dieser Austausch aus Russischer, aus Regierungssicht viel mehr Sinn ergeben hätte. Wie damals, Sie erinnern sich an Michael Khodorkowski, das war auch ein prominenter Oligarch und vor allem auch Oppositioneller, der dann ins Ausland ausreisen musste. Wir müssen in diesem Fall jetzt nicht detailliert einsteigen. Der ist auf jeden Fall auch nicht so einseitig, wie das in unseren Medien immer wieder berichtet wurde. Also, es wäre vermutlich für die russische Regierung viel sinnvoller gewesen, wenn man diesen Gefangenenaustausch gemacht hätte. Und eben nicht ein politischer Mord, der dann ja ohnehin nur dazu führen kann, dass man den Kreml-Herrscher damit verdächtigt und beschuldigt. Interessant, diese Perspektive. Sie wird natürlich in unseren Medien reflexhaft weggewischt. Dann Deutschland, Wirtschaftsstandort in Not, Steuern, Abgaben, Bürokratie, zu viel Staat, nichts Neues unter der Sonne, darüber haben wir schon oft gesprochen. Der Erfolg der Bundesrepublik beruht ja darauf, dass man mit einer sozialen Marktwirtschaft eben möglichst viel Freiheit und Eigenverantwortung mit einem zurückgebundenen, massvollen Staat eben die Grundlagen schaffen konnte für ein beeindruckendes Wirtschaftswunder. Ja, diese Grundlagen sind heute weg. Man hat sich da einer sozialistischen Politik ausgeliefert, gerade zu einem grünen Sozialismus. Nicht erst seit dieser Ampelregierung, sondern da sind auch falsche Weichenstellungen, wie Sie wissen, natürlich schon unter der Regierung Merkel gemacht worden. Der letzte grosse Reformer in Deutschland war Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Agendapolitik, die er gemacht hat, in Kaufnahme eines Wahlverlusts, eines Regierungswechsels. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat sozusagen die Interessen der Deutschen über die Interessen seiner Partei und seiner eigenen Machtposition gestellt. Das finde ich bemerkenswert, das finde ich auch bewundernswert. China gratuliert dem russischen Präsidenten Putin für den Wahlsieg. Im Unterschied etwa zum deutschen Bundespräsidenten Steinmeier, der hat bereits verlauten lassen, dass er nicht gratulieren werde. Ganz im Unterschied zu der Wahl von 2018. Dazu ist interessant eben zu hören, was unser Mann in Moskau, der Schweizer Unternehmer und Verfassungsrechtler Karl Eckstein zu sagen hat. Für ihn ist dieses Wahlresultat ein unbezweifelbarer Legitimitätsbeweis für den Amtsinhaber im Kreml. März 1944. Bombenangriffe vernichten das alte Frankfurt. Eine Schlagzeile, die mir heute Morgen auch aufgefallen ist. Das löst bei mir immer grosse Melancholie aus, dieser Höllensturz, der da stattgefunden hat im Zweiten Weltkrieg. Die Vernichtung nicht nur von unzähligen, von Millionen von Menschenleben, sondern auch unwiederbringlich sind da Kulturschätze, Geschichtsschätze zugrunde gegangen und für immer verloren. Das ist höchst bedauerlich, um es nun mal sehr zurückhaltend auszudrücken. Und bei mir löst das immer wieder die Lektüre, solche Artikel lösen bei mir immer wieder das Gleiche aus, nämlich, dass wir uns einfach bewusst sein müssen, dass Menschen, dass Regierungen dem Wahnsinn verfallen können, dass Politiker, die mit zu viel Macht ausgestattet werden, dass die eben in der Lage sind, ganze Gesellschaften, ganze Zivilisationen, ja ganze Planeten in den Abgrund zu stürzen. Und der Krieg bleibt eine stete, reale Gefahr und eben auch der Machtmissbrauch der Politik. Umso wichtiger ist es, sich der entscheidenden demokratischen Tugend zu besinnen, nämlich immer misstrauisch zu bleiben. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Glauben Sie nichts, was Ihre Regierung sagt. Und es ist eben viel wichtiger, sozusagen den Balken vor dem eigenen Auge zu sehen, als sich da selbstherrlich und selbstgerecht mit dem Finger auf andere zeigend, mit dem Finger auf andere zeigend, nur an den Splittern im Auge des Gegners zu beschäftigen. Also hier viel mehr Selbstkritik und Wachsamkeit, um dieses Wort hier zu verwenden, ist da ganz klar gefragt. Wir haben über Deutschland gesprochen, über den deutschen Fussball, und damit möchte ich auch schliessen, zu reden gegeben hat. Ein richtiger Aufreger ist ja das neue Leibchen der deutschen Fussball-Nationalmannschaft, das da in rosa-roten Woke-Farben gehalten ist, sozusagen die Ganzkörper-Armbinde von Nancy Faeser, von der letzten Fussball-WM in Katar. Jetzt müssen die deutschen Fussballer hier sozusagen auch farblich da dem Gesinnungscode der woken, politisch korrekten, gendergetreuen Gegenwart hier gerecht werden, huldigen sozusagen dem Zeitgeist. Und das ist für mich die Metapher, das Sinnbild, sozusagen Ausdruck, auch jenes Identitätsverlustes, den der deutsche Fussball seit einigen Jahren dazu durchleiden scheint. Mein Eindruck ist, dass die Deutschen einfach ihre deutschen Fussballtugenden, die Disziplin, den Kampfgeist, das Tempo, auch die zum Teil sehr auf den Abschluss fokussierte Spielweise preisgegeben haben, dass sie da andere Spielsysteme aus anderen Ländern, vor allem auch aus Spanien, dieses Kurzpassspiel von Pep Guardiola, der ja ein genialer Trainer sein soll. Aber dieses Fussball, dieses Kurzpassspiel, das ist doch Gift. Und ich glaube, dieses Korsett haben sich die Deutschen angezogen und sie finden irgendwie nicht mehr daraus hervor. Und jetzt kommt also noch als sozusagen Tüpfelchen aufs I dieser rosarote Dress, der den deutschen Fussball nun gänzlich in die Harmlosigkeit hinein ästhetisiert. Und als einer, der nun immer noch gewisse Sympathien für die deutschen Fussballteams gehabt hat, das ist für einen Schweizer eher selten, wünschte ich mir, dass der Identitätsverlust, den wir auch in der Politik, den wir in Teilen der Gesellschaft erkennen, dass der nun im Fussball nicht in diesem Ausmass um sich greift, beziehungsweise dass dieses Trikot auch ein Augenöffner sein könnte, dass die Deutschen merken, dass sie irgendwie die falsche Abzweigung erwischt haben. Nicht nur im Fussball, aber eben auch dort. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen am Mittwoch wiedersehen. Macht's gut, einen schönen Tag und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens